Babys üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Sobald mich ein Baby anlacht, schmelze ich. Und ich kann verstehen, dass Leute nach einem Blick in einen wildfremden Kinderwagen lächelnd weitergehen. Das liegt am sogenannten Kindchenschema, das der Verhaltensforscher Konrad Lorenz entdeckt hat. Das Gesicht eines Babys weist eine bestimmte Physiognomie auf. Ein gegenüber Händen und Füßen zu großer Kopf, große runde Augen, eine kleine Nase, rundliche Wangen, zarte Haut. Das löst bei uns einen Schutzmechanismus aus, ein Bedürfnis nach Fürsorge. Automatisch ist man einem Baby gegenüber weniger aggressiv und traut ihm nichts Böses zu. Als Gott darüber nachdachte, wie er uns Menschen nahe kommen könne, fiel ihm dieses Kindchenschema wieder ein, das er sich ja als Schöpfer ausgedacht hatte. Die Axt an die Wurzel des Bösen zu legen, das Böse in nie erlöschendem Feuer zu verbrennen, mit der Wucht seiner Allmacht aufzutreten. All diese Ideen, die Johannes der Täufer im Kopf hatte, schienen Gott nicht der richtige pädagogische Ansatz zu sein, unser Misstrauen gegen Gott zu zerstreuen. So wird er ein Baby und bis heute löst Weihnachten bei uns Menschen eine Sehnsucht nach Liebe und Vertrauen, nach Frieden und Heimat aus. Sogar ungläubige Menschen kommen Weihnachten zur Krippe und wollen einen Blick auf das Kind werfen. Geh heute zur Krippe. Schau auf das Kind. Heute am Weihnachtsfest danke ich Gott, dass er Mensch geworden ist. 22 Uhr, DOMRADIO.DE, dein Weihbischof Ansgar. IV. Untertitelung des ZDF, 2020